Gebraucht? Ja, hier. Ja, draußen auf den Klippen hätte ich fast den Löffel abgegeben. Ich wusste nicht, dass die Hosen so gute Heckenschützen sind. Also, wie sieht die Lage aus? Hauen wir ab und jagen den Ort hier zur Hölle? Ja, gehen wir! Warten Sie mal eine Sekunde. Haben Sie Munition übrig? Zum Teufel nochmal, ja! Versuchen Sie mal mitzuhalten. Ja, gehen wir. Ich gebe Ihnen Rückendeckung. Okay, das finde ich gut. Da muss ich nicht mehr nach hinten gucken. Als ob hier Gegner von hinten gekommen wären. Nein, nicht laden, speichern. So, weiter geht's. Klippen von Anchorage. Anchorage. Gott, oh Gott. Das habe ich gerade auch gedacht. Ah, hier geht's lang. Ich war gerade am überlegen, muss ich da jetzt echt runterspringen? Opa, nein, das hat sich geklärt. Gegner. Oh Gott, wie unpräzise. Egal. Wir haben keine Chance gegen uns. Wir sind das perfekte Duo. Und irgendwas trifft mich die ganze Zeit. Irgendwas beißt mich in den Arsch. Es sind Kugeln. Und ja. Wir werden mal demonstrieren, wie das Gausgewehr arbeitet. Verdammt, das gibt's noch nicht. Direkt daneben. Gott. Er ist sofort tot. Ich habe nicht mal auf den Kopf getroffen. Nur auf den Tor so. Er ist sofort atomisiert. Das macht Spaß. Ich freue mich schon auf die Waffe. Gleich. Also das hier ist das erste Level des Addons. Es gibt noch ein besseres. Da kann man die Waffe auch durch einen kleinen Trick, sag ich mal, ergattern. Hä? Wo? Ich glaube es nicht. Irgendwas hat mich gerade irritiert. Ein sehr komischer Sound. Und Waffensound. Hör aus aus meinem Land. Komm und ist. Und du hör mal auf so komische Sachen zu reden. Geht mir auf den Senkel. Wow. Wow. Ja und die Rückendeckung ist gar nicht so schlecht. Wenn mein Magazin leer ist, schießt er noch weiter. Und bis dahin ist der Gegner auch meistens schon tot. Also war es gerade eben auf jeden Fall. Ich gehe erst mal hier hin, weil ich da eine Tür gesehen habe. Und vielleicht. Wow. Ich schieße auch auf den Bündel. Wie assi. Vielleicht ist hier irgendwas verboren. Die Gauss. Munition. Ähm. Zigaretten. Ja. Tatsache glaube ich. Ähm. Ja. Gauss. Gewehr. Magaziner. Ganz viele an der Zahl. Herrlich. 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 Ähm. Munitionsspender. Energiespender käme jetzt auch nicht schlecht. Da geht es auch rein. Gott. Ja ich will da rein. Höhlenpassage. Ich denke mal dort können wir alles umgehen. Was da gerade verstand. Oh Gott. Oh. Habe ich gerade durch den Sand weggeschossen? Oder war das seine Kugeln? Ich weiß nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Nachher verdirbt es mir die Laune. Und dann. Bäh. Ich hoffe ich habe genug Festplattenspeicher noch um heute 60 Minuten aufzunehmen. Ähm. Ich habe die alten Folgen gar nicht gelöscht. Deswegen. Ist ein bisschen. Kaka. Oh. Und ja. Wir haben die Bunker erfolgreich umgegangen. Wo die uns eigentlich noch treffen müssten. Ja. Wenn man von spricht. Ne. Wie soll es auch anders sein. Aber das gröbste haben wir überstanden. Erstmal an den. Wow. Wow. Jetzt wird es knapp. Jetzt wird es verdammt knapp an den Moni. Äh. Energiespender. Verdammt. Das war knapp. Energiespender. Gesundheitsspender. Ach was soll es. Ist mir sowas von Dries egal gerade. Boah. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Dü 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 dü. Und da drin ist. Ähm. Ja. Hier könnten wir hacken. Oder hacken. Ist mir egal. Und zwar diese Geschützer. Aber. Da wir nicht so gut sind in solchen Sachen. Bauen wir sie einfach so um. Und ich hätte nicht so nah dran stehen sollen. Ja. Das war es auch schon mit den Bunkern. Die hätten wir eigentlich gar nicht säubern müssen. Aber Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Und das heißt Level Up. Wenn wir dann genug gesammelt haben. So. Man sieht schon. Wissenschaft wird langsam. Unumgänglich. Wo sind wir hier? Gott. Kugeln. Also wenn ich schon Kugeln mir entgegen fliege. Ist das kein guter Ort. Ich sehe da die ganze Rüche rumkräuschen. Und fläuschen. Wirklich nicht so schnell. In so komischen Mustern ey. Ist ja ätzend. Wow. Ja das war klar. Wenn dir das Gewehr wieder bereit ist zum Schießen. Bewegst du dich. Ja die KI wurde hier echt ein bisschen angepasst. Damit sie sich decken. Ich finde das gerade cool. Gott in den Kopf und er lebt noch. Was soll denn das? Und das Visier ist ein bisschen kacke gerade. Das ist so schwarz und der Hintergrund ist auch schwarz und man sieht gar nicht wo man hin zielt. Und was ist mit dir? Er hält sich glaube ich selbst wie Dogmeat. So. Ich glaube hier müsste auch noch was sein. Ja. Treffer. Hä? Licht an. Okay. Oh. So. Mit Licht ist das gleich viel besser. Und ja. Als ob wir das nicht schon hätten. Raketen. Ja worauf lässt uns das jetzt schließen? Ich hoffe darauf was ich denke. Ich weiß es nicht. So. Mikrofusionszelle hinzugefügt. Finde ich toll. Hallo? Gott hier rumpelt es gerade. Gehen wir mal hier lang. Hallo? 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 Anybody hier? Ähm ja. Ein neues Stornggewehr. Ja und wir finden gar nichts. Ist sehr schön. Äh. Wo könnte es lang gehen? Ich glaube. Hier nicht. Bla 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 bla. Runter. Also von da sind wir gekommen. Das heißt. Äh. Wir hätten anders abbiegen müssen. Glaube ich. So. Wieder hier lang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das Addon wird lang. Ich merke es jetzt schon. Hä? Der Tisch stand gerade so komisch. So. Wir biegen jetzt einfach mal hier lang ab. Das sieht doch. Oh Gott. Ja.